Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Das waren die ersten Worte, die ich hörte, sobald ich in dieser Welt ankam. Zuvor hörte ich eine Stimme. Es mir sagte, die Welt der Pokémon sei in Gefahr, und nur ein Mensch wie ich sei dazu in der Lage, sie zu retten. Als ich meine Augen öffnete und mich rum sah, erkannte ich eine Gegend, die ich nie zuvor gesehen hatte vor mir. Vor mir stand ein Pokémon. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, warum ist jetzt schon vorbei? Was soll das denn? Warum macht er nicht weiter? Ihr kommt jetzt ins Spiel, liebe Zuschauer. Ihr entscheidet, ob ich weitermache oder nicht. Das Projekt Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition, wie es bereits eine Folge gegeben hat, wird nicht weitergeführt. Und die Synchronsprechersache, die hat irgendwie nicht gescheit geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Deshalb habe ich es abgebrochen. Nun werde ich das Projekt neu starten. Aber nur, wenn ihr mir zeigt, dass ihr das auch wollt. Dann werdet ihr sehen, wie diese Geschichte, die gerade begonnen hat, weitergeht. Und sie mit atmosphärischer Musik hinterlegt sehen. Oder eher gesagt, hören ist logischer, denke ich mal. Wo wir gerade von hören reden, ganz kurzer Abschweif. Vielleicht merkt man, ich habe gerade ein neues Mikro zum ersten Mal drin. Also, hey. Also, zeigt mir in irgendeiner Form, dass ihr dieses Projekt haben wollt. Denn es wäre schon verdammt viel Arbeit für mich, auch wenn ich schon Bock hätte. Aber so viel Arbeit würde ich mir nicht machen, wenn niemand das Projekt sehen will. Also, schreibt einen Kommentar, gebt ein Like, macht bei der Abstimmung mit. Und irgendwas von all dem, um mir zu zeigen, dass ihr es, dieses Projekt wollt. Wenn ihr es wollt, dann wird es kommen. Wenn nicht, ist das das Letzte, das man von meinem Kanal, auf meinem Kanal von Pokémon Mystery Dungeon in Valros Edition, hören wir jetzt. Ihr entscheidet.